Wir gehen jetzt eben wieder hier. Los, mal sehen. Wer schießt da? Und Herr Weiler ist wieder mit den Händen in die Tasche. Hier vielleicht was sie in. Im Wünkel das Ding. Mal los. Ja, schönes Ding. Ja, den muss er allein. 100 Prozent. So, wo wir das sehen hier. Schöner ist. Alles klar. So gibt es immer Pause. Sie haben gewonnen, die Jungs. Alles klar. Blau hat gewonnen. Und die anderen müssen liegen gesessen. Merkert er nicht? Die haben Glück gehabt heute. Heute haben wir keine liegen gesessen. Alles klar. Nur der Hausfrau. Tschüssi.